Mein Leben ist vorbei. Ich muss Paris verlassen, meinen Namen ändern, meine Haare tönen. Ich hätte gern etwas Glück. Bitte. Geht das dir gut? Mir? Hey, weinst du? Was? Nein, überhaupt nicht. Das ist nur eine Allergie. Hier drin sind sehr viele Pollen. Keine Pollen, Dreck, Staub, meine ich. Der muss mir ins Auge gekommen sein. Ich bin nicht sicher, dass es dir gut geht? Ey! Ich helf dir hoch. Hey! Denkst du, wir sollten... Hallo? Vielen Dank.